oh fetter scheiß one-handed what? nach level 3 braucht es okay das kann ich schon mal verkaufen dann laufe ich halt einhändig hier rum oh mein gott oh mein gott ich glaub der typ ist unsterblich deswegen ja mann komm 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 Tellt ja ja aber erstmal muss ich hier das ganze zeug sein zusammen balanced spiel man der bf ok defensiv so den spell mache ich auch eben gleich den skill heal myself der heal myself spell und noch ein schweren grüner finde ich gut oh shit so oh fett scheiß town portal habe ich auch ich freue mich echt immer mehr auf tortschlecht 2 aber ich brauche erstmal wo war das hier hier das finde ich gut das kill ich bald aber zunächst brauche ich äh äh dual wall ja finde ich schon ich skill das erstmal hoch äh hier geht es nicht weiter hier auch nicht die karte ist ein bisschen irreführend finde ich die minimap nicht zwei händlich nein ich brauche mich Ah, ich hab gar keine Lederboots. Und Spells Heals the Caster. Äh, ja. Machen wir einfach mal. Ein Heals-Spell ist immer cool. Äh, Armor degraded per Hit. Also, Armor setzt das runter und das hat Giftschaden. Das heißt, das hier kann ich verkaufen. Den Rest behalte ich. So, ähm. Oh, ich muss echt... Aufpassen hier. Ich bin jetzt schon einmal verreckt. Äh, das finde ich gar nicht cool. Das... Da hab ich... Bisschen... Äh... Nicht aufgepasst und schon... Bam, Alter. Bam. Jetzt muss ich wieder ein bisschen auf mein Leben aufpassen. HP-Pots... Sind hier ganz schön... Wichtig, sonst komme ich hier nicht weiter. Yo. Der explodiert natürlich. Ein HP-Pot. So. Äh, die Ecke hier erkunde ich noch. Ach ne, ist zu. Das ist auch zu. Und... Das ist jetzt offen. Oh, shit. Hät mich fast erledigt. Und das ist gerade mal... Floor... Zwei, glaube ich. Ich kann's nicht lesen. Oben steht meine FPS-Anzeige. Ihr seht das nicht, aber meine... FPS-Anzeige ist da. Yay. So. Mod of Damage. Ja... Soll ich ein bisschen Damage? Nee. Das geht so nicht. Äh... Skills kann ich hier schon nix... Noch nix machen. Deswegen gehe ich... Von den Skills her auf Damage. So. Äh... Zweihändig... Zwei einhändige Waffen finde ich schon cool. Dann muss ich halt anders an meine defensiven Werte kommen. Äh... Ich weiß aber noch nicht, wie. Weil ein Schild möchte ich nicht tragen. Nee. Oh mein Gott! Ach, der ist da unten. Ach so. Ja. Ich muss ein bisschen hier... Frost-Scepter. Ich muss hier echt... Ähm... Alles mögliche erkunden, damit ich auch levelmäßig hinterherkomme, denn... Ich verreckt hier sonst. Ohne Scheiß. So. Ich hab drei Pots. Läuft. Äh... Mein Inventar ist... Voll... Voll... Diesen ganzen Mist gebe ich hier rüber. So. 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 Den Helm rüste ich aus. Die ganzen Stäbe können weg. Den Helm kann weg. Äh... Der kann weg. Kann weg. 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 Armour degraded per Hit. 45. Ich brauch... C? Ja. So. Äh... Mache ich hiermit mehr Schaden? Wo ist die Zweitwaffe? Hier. Boah, hiermit mache ich deutlich mehr Schaden, ey. Hm. Ja, dann trage ich die erstmal. Vorerst. Obwohl ich ja zwei Einhändige geskillt hab, aber egal. Ja. Ja. Oh, ich bin jetzt im Floor... Ich kann's nicht lesen. Moment. Ich... Äh... Gibt's hier ne Steuerung? Settings. Wo... Wo... Wo komme ich denn zum Map? Gibt's ne Map-Taste? Patchsheet, Quests, Auto-Map... Use... Ah, wie Auto-Map... Escape-Settings... Journal... Skills... Corrector-Sheet... Inventory... Nix. Die FPS-Anzeige muss ich irgendwie noch später umstellen. Uah! Muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ah, der Schwierigkeitsgrad gefällt mir. Also es ist nicht... Nicht gerade leicht, aber... Ist schon okay. Hart ist es halt. Die machen die Kiste da noch kaputt, ey. Oder ich mache es! Ich brauche sowas wie HP-Rack. Das wäre ganz nice. Oh. Ich habe gerade nicht auf dem Bildschirm geachtet. Das sollte ich, glaube ich, nicht. Das sollte ich, glaube ich, vorher ein bisschen immer... ...mit Pods... ...zudecken. Bevor ich in eine Höhle reingehe. Ich bin nämlich wieder kurz vorm... ...sterben. Neue Rüstung... ...können so einen Kram... ...den Kram kann ich weg tun. Mein Pet... ...ist weg. Ich bin wieder low. Die riechen mich, oder... ...wieso kommen die alle her? Bin aber gefährlich... ...niedrig. Aber ich möchte den Pod noch nicht so früh einsetzen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bastard. Sehr. Nervenkitzel hier. So. In dieser Ecke ist nur eine Explosion. Und... Oh shit! Zerkloppt ihn! Oh, er hat mich getroffen. Tyler. Ich bin so jung. Zerkloppt ihn jetzt weg. Zerkloppt ihn. Zerkloppt ihn. Zerkloppt ihn. Ja... oh ne 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 fishing hole da guck ich mal hin was es hier so gibt ist bestimmt wieder ein pokémon ja You caught a fish Amber Fish Eye Okay Noch ein Amber Fish Eye Truffle Shout Fish Ja, komm Ich glaub, ich kann das unendlich Lange machen, oder? Ich kann den Fisch meinem Pet geben Nix, okay Dann Äh, Fisch-Zeugs Das find ich gut Jetzt haben wir ein bisschen Magic Find Hätte ich vielleicht jetzt nicht Ah, doch Ist schon okay So Level abgekommen Soll ich Damage? Nein Das geht mir echt Ich kipp aus den Latschen Und dann werde ich noch geslowt Zwischendurch Bis Wenn ich diesen Helfer dann nicht hätte Würde es eng für mich aussehen So Zack Ich hab mein Mikro übrigens umgestellt So, dass man meine Tastatur mehr hört Aber da führt die Maus weniger Ist glaub ich bei nem Hack'n'Slay besser so So So, äh Identifikationsdinger brauch ich ganz viele Kann ich keine mehr kaufen? Achso, ich muss So 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 Äh, was ist Achso Ah, okay Äh Das kann weg Das Sieht interessant aus Kann weg Ne, Moment Shit Shit Ich glaube ich hab'n Fehler gemacht Ja, damit mach' ich schon ordentlich Schaden Electric Damage Electric Resistance Rassistenzen Rassistenzen sind gut So, dann würde ich mal alles verkaufen hier vom Hund Vom Wolf Äh Ja What? Was ist das für ne Waffe? Nein Shit Naja, soll mir recht sein Dann behalte ich die halt vorerst Kann ich sowas machen Oder sowas Zack Gehe ich halt ein bisschen auf Fernkampf Vorerst Ja Mann Ich hätte mir das besser durchlesen sollen Ordinary Blade Da oben ist ein bisschen Gold Das Ist mir egal Muss ich die Waffe hier wechseln? Zack Muss ich die Waffe hier wechseln?